Tagesdings, mach schon an! Bruder, hier in Portugal, äh, ich meine, Deutschland ist viel passiert, Janne. Alle Bürgerämter wechseln endlich von Windows 98 auf Windows 7. Bruder, Digitalisierung kommt zu stoppen, Janne. Jetzt haben wir Windows 7 und, äh, das kann auch Internet so. Außerdem hat so ein Bruder einfach Heiratsantrag gemacht, so auf Alexanderplatz in Berlin. Schwöre, Schatz, willst du mich heiraten? Äh, ich bin nur die Psychose in deinem Kopf von Brokkoli und Tillich. Also nein. Bruder, jetzt sind noch so E-Rolle auf Autobahnen zugelassen. Ich schwöre, kick dann auf Überholspur, du Weih. Die Shisha ist jetzt offizielles Maskottchen von Thüringen, Sachsen und Dresden. Warum? Aus Prinzip. Die sollen auch mal leiden, ja? Wie ist das Wetter in Duschland? Super, tschüss.